So, ich möchte jetzt an dieser Stelle mal an alle, die von ganz weit her hierher gekommen sind, und auch die Berliner, die mir schon seit über 5 Jahren die Treue halten, danke sagen. Und Klassi, den herzlichen Glückwunsch! Sie ist heute 18 geworden. So, jetzt ist die Wahl mir für alle freigegeben. Jetzt gibt es 80er, aktuell ist am Bundesprogramm, viel Spaß, wir sind noch nicht am Ende. Komm zu mir rauf über der Zone, was los? Oder gehen wir auch bereits vorbei? Flirts per Schuh!